Ja, willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft und, äh, jetzt, äh, ich glaub, das erste, was ich jetzt mache, ich nehm jetzt erstmal das Gehirn hier auf. Dok, 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 dok. So. Jetzt gucken wir mal, ach, da hinten war unsere Butze, naja. Ich hab ja noch keine gescheite Location für mein Traumhaus gefunden. Mal gucken, vielleicht gleich noch was. Wolltest du es nicht davor bauen, wo wir... Nee, ich baue mir selber was. Du kannst dir dann auch was bauen selber, das ist... Das kannst du machen, wie die Frau aus Köln. Ja. So. Nehmen wir uns mal so ein bisschen was mit hier. Und noch den nehmen wir uns auch noch mit. Und das Bettchen noch, so. Hoppla, ich hab ja die ganzen Dinge jetzt überflutet. Wo bist du denn? Bin grad noch mal kurz unterirdisch gegangen, weil ich noch was gucken wollte. Äh, ich hab hier die komplette... Äh... Komplette Mine geflutet. Ah, hier sind überall noch Kühe, das ist schon mal nicht schlecht. So. Ah, da hinten ist Urwald. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Gucken, was jetzt hier noch so ist. Ah, ne. Ist das eine Insel? Ich weiß jetzt nicht gerade... Ich weiß gar nicht genau. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Hier sind ein paar Bäume weg. Geh weg, du Schaf! Geh weg! Du auch noch, komm. Ah, hinten ist Schneewald, okay. Bild. Hier ist mir schon wieder zu gefährlich. Hier, ich geh erstmal wieder hoch. Äh... Äh... Man hört immer nur von dir so irgendwelches... Irgendwelches Gestöne. Ich hab ja gerade auch was gesagt, aber ich bin noch in der Mine hier, aber ich... Es ist mir zu gefährlich. Hm, toll. Kohle und Eisen und Schiss, aber irgendwie, äh... Boah, ich stell jetzt mal die Scents ein bisschen runter, das geht ja mal gar nicht. Äh, was denn das für eine Riesenkohle? Alter, hier. Ähm... So. Wo ist denn unser Kompass? Der Kompass ist hier. Fakt hier rum. Müsste eigentlich auch noch funktionieren. So. Aber ich hab ja immer noch nichts Gescheites gefunden. Die ist ja nur ne Ebene, ist ja langweilig eigentlich. Was denn, was suchst du denn überhaupt? Ich suche was Gescheites für mein Häuschen. Oh, das... Das... Das nehmen wir doch eben mit. Äh. Ja. Matthias kommuniziert noch über die Uhrlaute. Ja, so ungefähr. So weit ist die Entwicklung noch nicht vorgeschreitet. Boah, diese Grafikfehler, ne? Was denn? Ja, aber teilweise manchmal noch in so Höhlen so... ...schwarze Blöcke dann. So, ja gut. Das ist so, wie auch schon läuft das mal. Oh, ne Kürbisfarm. Top. Ganz viele Kürbisse. Wie ist das, wenn man jetzt rumläuft? Das ist einfach dann, äh... Muss man sich nur den Kompass bauen und dann kann man da... Ja. Wenn du im Bett geschlafen hast, müsst ihr normalerweise dich wieder da hinführen, wo du warst. Ja, das haben wir ja. Da bist du doch. Stell dich doch vor mir. Stellst neben mir. Echt? Ja, nicht neben mir, aber zumindest direkt in der Nähe. Will ich nicht. Tja. Weißt du auch gar nicht, wo unser Häuschen ist? Das müsste geradeaus sein. Naja, hab's. Nein, 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 nein. Hier sind doch. Aber erstmal mal eine ganzen gesammelten Schätze hier wegbringen. Baut man denn einen Kompass? Redstone und Eisen. Was hast du hier denn gebaut? Was soll das darstellen? Du hast hier einfach vier Steindinger oder offen? Ja, da ist ein Loch im Eis und da kommst du runter in die Mine. Hier ist aber kein Loch im Eis. Klar, zwischen den Pfosten. Nee, hier ist kein Loch. Ja, wo die vier Pöller stehen. Genau da in der Mitte. Ja, hier ist aber kein Loch. Komisch. Ich hab aber eins reingebottelt. Vielleicht geht das wieder zu. Kann sein. Dann ist es ja umso besser, dass ich's da hingestellt hab. Ach, hier brennt noch ein Zombie. Kein Mensch. Uhr packen. Ach, hier bin ich schon wieder bei unserem Häuschen, ne? Naja, das ist nicht weit weg gewesen. Ne, ich meine bei unserem ganz, wo du auch gerade warst. Ja, ja. Ja, ist ja nicht weit weg, das meinte ich auch. Oder nehm ich mal mit. Ah, ja. Wie baut man denn die Melonen eigentlich? Ne, das Kaktus. Schirmut. Hier bau ich mir jetzt mal was hin. Bitte? Hier bau ich mir jetzt was hin. Was ist denn? Aber ich muss gleich eh in der Butze. Ja. Ja, ist dunkel gleich. Lass mal eben pennen, oder? Ja. Warte mal, ich mach mal eben Kompass. Wie mach ich den? Ne, lass erst pennen. Ja, hab ich doch gesagt. Mit Eisen und... Bist du schon der Butze? Ja. Aber im Bett? Ja, warte. Kennst du jetzt, oder ist das? Ja, hat funktioniert. Stopp. Ähm... Redstone. Vier... Vier Eisen. An die... An die... Ne, warte mal. Hier war es nochmal. Links eins, rechts eins, oben eins, unten eins und in die Mitte ein Redstone. So muss das glaube ich gehen. Ach so, okay. Gucke, ich gucke, ich gucke. Jo. Und jetzt zeig ich jetzt immer auf mein Dinges. Auf mein Bett. Jo. Stopp. Naja. Hä? Das war falsch. Ach, da kann ich nichts. Type, warte, hörst du mich nicht? Ne, ich rede gerade selber hier, was? So. Was willst du denn jetzt machen? Ich lauf jetzt mal ein bisschen rum. Gucken, was sich so oft tut. Ach, das gute Terraforming ist immer langweilig, aber... Das muss sein. Ich lasse aber das Grundgerüst glaube ich stehen hier. Ah, ich brauche viel mehr Erde. Scheiße. Hm. Sand. Ja gut, dass du hier meine Sachen noch aufnimmst. Alter, die Musik ist voll laut. Bei mir geht's. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Wofür? Generell. Das Inventar ist generell gerade etwas voll. Achso, ich dachte mal jetzt zum Bauen. Was gibt dir? Machen wir jetzt mal eine Truhe. Oder ne? Ne, das brauche ich noch. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Öfen habe ich ja noch dabei. Das ist schon mal gut. So. Naja, komm her du. Sackbauer. Na, ich werde jetzt auch erstmal glaube ich ein bisschen losgehen und was bauen. Und werde unmotiviert. Ach, ich war doch irgendwie ziemlich müde. Aber naja. Kohle habe ich hier so. Das muss erstmal reichen. Bitte? Das muss erstmal reichen jetzt hier an Zeugs. Jetzt fange ich gleich mal an. Ich brauche relativ viel Erde noch. Schon wieder ziemlich unterbrochen im Ton manchmal. Ja, ich weiß nicht woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich an deinen Aufnahmen, an deinen Einstellungen von Teamspeak. Also bis jetzt war es immer eigentlich vom Sound gut. Na, jetzt habe ich keine Sticks mehr. Mach da nicht so einen Enderman, wenn ich den angucke. Mach da nicht kaputt. Oder schlecht. Aber nur, wenn ich den wirklich direkt angucke, ne? Ach, scheiße. What? Nur, wenn ich den wirklich direkt angucke, ne? So. Terraforming. Terraforming, Terraforming. Wo warst du denn Endermen gesehen? Die laufen doch fast aber gar nicht rum, oder? War eben bald, gerade. So, RD. 3, 4, 1. Was willst du jetzt bauen? Oder was hast du jetzt überhaupt vor? Ich sammle jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Holz und baue mir dann mein Holzhaus da weiter, was ich da schon angefangen habe. Du weißt ja, da ist nur eine Terrasse bis jetzt. Ja. Fange ich da quasi an. Okay. Mal schauen, was sich dann so ergibt. Ich snack mir erstmal ein bisschen Erde jetzt hier weg. Erde brauche ich nämlich viel. Was machst du denn? Erstmal Terraformen halt. Gelade gerade. What? Alles gerade machen erstmal, oder was? Ja, ich passe das jetzt gerade erstmal so ein bisschen an die Gegebenheiten an. Wo haben wir noch, wo haben wir das Glas denn? Das Glas war noch in der anderen Truhe, ne? Glaube wohl. Das brauche ich nämlich auch noch. Guck. Du hast doch hier schon dein mega super Strandhaus aus dem Lehm. Ja, das sowieso, ne? Ich hab dir mal ein bisschen Holz reingetan. 32. Stopp. Kann ich schaden, kann ich schaden. Nein. Hm. Von was kann ich mich denn noch trennen? Komm, ey. Wie geil der mir rülpst, wie geil der mir rülpst, wenn er gegessen hat. Hm. Wenn ich nur Samen, wenn ich das mit der Schippe mache, das Gras? Wat? Wenn ich nur Samen, wenn ich das mit der Schippe weg mache? Nee. Ich glaub nicht, oder? Ja, ich muss jetzt ja auch mal ein bisschen Platz schaffen noch, so. Oh, mo, mo, mo. Ich lass mich hier herfüttern, ey. So. Fickt ihr, Säue. Was? Wie hab ich gesagt, Fickt ihr, Säue. Wer Schafe soll die Waffe mehren hier. Wie hab ich das denn jetzt vor? Hm. Was für ein Material nehmen wir? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ach, scheiße. Hier kommt erst mal, äh, Glas hin jetzt. So, haben wir noch mal 64 Samen. Das ist doch schon mal gut. Warum geht das jetzt hier nicht, verdammt? Bitte? Oh, du, nix. Gehe. Ah, jetzt. So. Versteh dich total scheiße zwischendurch. Ja, musst du deine Einstellung mehr ändern. Kann ich nicht ändern. Ja, wie denn? Ja. Weiß ich nicht. Ich hör mal erst deinen Ton, wenn du mitten im Sitz bist. Ja. Weiß ich nicht. Kann den Pegel, kann ich jetzt aber auch nicht hochstellen noch. Nee, das ist, ich versteh dich, wenn du, wenn du, wenn du, wenn es geht, dann geht es. Aber das Problem ist, der Satz fängt immer erst mitten drin an. Ja, das liegt dann aber an Teamspeak. Weil letztes Mal hast du das auch mal mehrere Male gesagt und da war es auch eigentlich immer von der Quali gut. Ja. So, hier noch ein bisschen was hin jetzt. Ich muss doch dann reichen, so. Unsere kleine Sommerterrasse oder was das hier auch immer werden soll. Ah, ich will jetzt mal den Stuhl ein bisschen runter machen. Ah. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wenn du bei uns auf Schutzfest rauf und runter hier ganzen Tag. Egal, wenn einer was gesagt hat. Nur noch hier. Ja, ich weiß. Der coole, der coole Wild und Matthias. Und sich da mal nicht übernommen hat hier. Ei, ei, ei. Viel, viel, viel Glas. Hast du noch Sand? Bitte? Hast du noch Sand? Nee. Können wir uns mal eben ins Heierbettchen legen? Ja. Warte. Bist du schon? Bist du schon? Ja. Nee, hat nicht funktioniert. Warum? Ja, weil es immer noch dunkel ist. Bist du wieder aufgestanden? Ah, jetzt. Ja. Jetzt brauche ich natürlich mehr... Glas. Ja. Natürlich habe ich nicht genug. Nee, nicht glatter Sandstein. Ah! Ich habe nur noch glatten Sandstein. Scheiße. Hast du noch... Hast du jetzt noch Glas oder was? Oder... Auch keinen Sand mehr? Hallo. Hauptsache, überall hast du noch deine Eier liegen gelassen hier. Aber es sind noch Schneebilde. Vorn ist ja auf jeden Fall noch was. Nö. Geh mal dahin und fütter die mal hin. Wozu? Hä? Wozu? Damit die sich vermehren. Ja, sind doch eh schon genug. Nö. Ist das Hausbauertun das Wichtige? Minecraft besteht nicht nur aus Tiere füttern? Nicht. Das ist das, was du immer als erstes machst. Nein, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, man muss die Grundlagen für eine gesicherte Ernährung schaffen. Oh, wenn du das gerade gesehen hättest, dann hättest du mich getötet. Warum? Ich hab gerade Samen weggeschmissen. Das ist doch das Wichtigste im ganzen Spiel, oder? Ja. Das ist doch das Wichtigste im ganzen Spiel. Mhm. Ja, genau. Pff. Wir brauchen viel Sand. Und aus Sand machen wir dann Glas. Ich brauch, denke ich mal, noch so drei Stacks, oder so. Trotz, ne, zwei werden wohl reichen. Oh, die haben noch eine Schöpfung noch runter im Schnellrech. Finde ich ja gerade dabei. Aber mein Inventar ist schon wieder voll. Aber ich muss sowas essen. Warte mal. Also zwei Stacks werde ich wahrscheinlich gleich haben, dann. Also zwei Stacks werde ich wahrscheinlich gleich haben, dann. Gucken. Wie weit wir mit zwei Stacks kommen. Das Ei vom Bild müssen wir hier lassen. Ah lol, hier drunter ist noch eine Höhle. Ach du Scheiß. Hier drunter ist noch eine Höhle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lüge. Töne.